Bastian Schweinsteiger steht vor seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining des FC Bayern München. Er rechne mit Schweinsteiger in der kommenden Woche, sagte Trainer Pep Guardiola im Trainingslager des Triple-Gewinners am Gardasee. Im Moment absolviert der 28 Jahre alte Nationalspieler, der sich am 3. Juni in Zürich einem Eingriff am rechten Sprunggelenk unterzogen hatte, ein individuelles Aufbauprogramm auf dem Nebenplatz im Centro Sportivo von Arco. Noch keinen Termin gibt es derzeit für Mario Götze. Der 37 Millionen Neuzugang von Borussia Dortmund laboriert noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses und absolviert sein Reha-Programm im Hotel.